Vor drei Wochen hat die CEO von YouTube, Susan Wojcicki, in einem Brief verkündet, bald alle privaten Kanäle schließen zu müssen. Grund dafür sei eine neue Urheberrechtsreform der Europäischen Union. Das halbe Internet eskaliert momentan und fragt sich vor allem eines. Stirbt YouTube, wie wir es kennen? Wir klären heute mal für euch, was tatsächlich hinter Artikel 13 dem neuen Urheberrecht und Upload-Filtern steckt. Außerdem erfährst du, was du dagegen tun kannst. Am 5. Oktober 2018 hat das EU-Parlament eine neue Urheberrechtsreform beschlossen. Besonders umstritten sind Artikel 11 und 13, weil sie mit Link-Steuern bzw. Upload-Filtern in Verbindung gebracht werden. Um zu verstehen, wie das mit YouTube und deinem Internet zusammenhängt, schauen wir uns Artikel 13 mal etwas genauer an. Doch was bedeutet Artikel 13 überhaupt? Artikel 13 sagt, dass jede Internetplattform, also zum Beispiel YouTube, für die Urheberrechtsverletzungen der hochgeladenen Inhalte vollständig haftet. Verletzen Nutzer, also Rechte Dritter, indem sie fremdes geistiges Eigentum hochladen, haften nun nicht mehr sie selbst, sondern YouTube. Die Folge, YouTube muss während des Hochladens sicherstellen, dass auf keinen Fall urheberrechtlich geschütztes Material online geht. YouTube kann das nur über eine automatische Erkennung von Inhalten lösen, sogenannte Upload-Filter. Upload-Filter sind also nichts anderes als Algorithmen, die versuchen, Urheberrechtsverletzungen zu erkennen und zu sperren. Das Problem, Algorithmen können keine Urheberrechtsverletzungen erkennen. Eine Urheberrechtsverletzung ist eine juristisch sehr komplexe Sache. Upload-Filter hingegen können nur Inhalte wiedererkennen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um etwas Strafbares oder ein legitimes Zitat handelt, kann ein Computerprogramm nicht feststellen. Das Resultat, Upload-Filter werden im Zweifel immer sperren. Lädst du zum Beispiel eine Staffel Game of Thrones bei YouTube hoch, begehst du klar eine Urheberrechtsverletzung. Ein Upload-Filter würde das erkennen und sperren. Nimmst du aber zum Beispiel nur einen Ausschnitt aus einer aktuellen Folge und machst ein Meme daraus, kannst du dich auf das Zitatrecht berufen und handelst völlig legal. Der Upload-Filter kann das aber nicht unterscheiden und zensiert dein Meme. Du kannst es also gar nicht erst veröffentlichen. Dazu kommt noch, dass auch ein Upload-Filter nicht zu 100% alle Urheberrechtsverletzungen erkennen kann. Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, dass Urheberrechtsverletzungen trotz Upload-Filter nicht gesperrt werden. Plattformen wie YouTube müssten also alle möglichen völlig legalen Inhalte zensieren und sperren, weil Upload-Filter nicht zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können. Dass zusätzlich dazu die Upload-Filter überhaupt nicht alle Urheberrechtsverletzungen erkennen können, hat einen ganz einfachen Grund. Upload-Filter müssen auf Datenbanken zurückgreifen. Artikel 13 gilt aber auch für Inhalte, die gar nicht in diesen Datenbanken gelistet sind. Das bedeutet, Upload-Filter würden zwar massenhaft legale Inhalte fälschlicherweise sperren, könnten die tatsächlichen Urheberrechtsverletzungen aber nicht mal zu 100% erkennen. YouTube könnte also nur noch geschäftliche und verifizierte Kanäle von Partnern anbieten. Doch was kannst du dagegen tun? Bereits seit dem Sommer gibt es die europaweite Kampagne Save Your Internet. Save Your Internet richtet sich gegen Linksteuer, Artikel 13 und Upload-Filter. Gestartet wurde die Kampagne von der Piratenpartei und einer Handvoll anderer Organisationen. Maßgeblich verantwortlich hierbei ist Julia Reda, die die gesamte Aktion Save Your Internet koordiniert hat. Julia Reda ist Abgeordnete der Piratenpartei im Europaparlament und kämpft dort seit fünf Jahren für ein freies Internet ohne Zensur, in dem du abseits der Interessen von Konzernen anschauen kannst, was du willst. Am 26. Mai 2019 sind Europawahlen. Dabei treten die Piraten mit ihrem Spitzenteam aus Patrick Breyer, Gilles Bordelais, Sabine Martini, Björn Semrau und fünf weiteren Experten in Sachen Datenschutz, Urheberrecht und Bürgerrechte an. Damit wir auch weiterhin für dein Internet kämpfen können und eine starke Gegenstimme gegenüber der Content-Industrie stellen, braucht es eine starke Piratenfraktion im Europaparlament. Außerdem haben die Aktivisten von Save Your Internet bereits über zweieinhalb Millionen Unterschriften gesammelt. Mach auch du mit. Teile dieses Video und zeig, dass du dir dein Internet nicht wegnehmen lässt.